Wie wird aus einer Frucht eigentlich Fruchtsaft? In Fruchtsaft steckt immer 100% Fruchtgehalt. Dabei gibt es zwei Wege, wie dir der Fruchtsafthersteller den puren Genuss bereitstellt. Nach dem Waschen und Pressen kann der Apfelsaft direkt filtriert, pasteurisiert und abgefüllt werden. Das ist dann der Direktsaft. Oder er wird mit dem Entzug von Wasser- und fruchteigenen Aromen auf ein Sechstel reduziert und kurz vor der Abfüllung wieder rückverdünnt und haltbar gemacht. Das ist der Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat. Das hat verschiedene Vorteile. Der Hersteller kann schlechte Erntejahre ausgleichen. Und es hilft der Umwelt, weil das Konzentrat auf weniger Platz gelagert und transportiert wird. Egal ob Direktsaft oder Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat. Du erhältst reinen Fruchtsaft ohne jegliche Zusätze. 100 Pro. Und jetzt lass es dir schmecken.